moin leute ein ganz herzliches hallo zu dieser neuen prognose tipp wie immer gerne mit in den kommentaren würde mich auf jeden fall freuen bedenkt immer es ist erstens nur eine prognose was hier passiert muss in echt auch nicht so passieren ist meistens auch so dass es fast genau im gegenteil passiert vom gefühl her transfers verletzungen versuche ich immer so aktuell wie möglich einzubinden ist nicht immer hundertprozentig möglich das heißt wenn hier oder da ein spieler aufläuft der hat er da nicht hingehört oder eine falsche trikot nummer hat dann tut mir das leid nehmen wir das nicht krumm das sind die spiele im überblick ihr findet sie auch in den timelinks jetzt viel spaß beim zuschauen und danke fürs reinschalten zwei mannschaften die am vergangenen spieltag erfolgreich gestartet sind in die saison düsseldorf mit 2 zu 1 gegen magdeburg paderborn sogar 5 zu 0 gegen karlsruhe da hatten sie eine richtig starke phase hier trafen sie aufeinander am freitagabend der sc paderborn nach einer viertelstunde mit dem ersten zeichen nach vorne die taten sich ja auch lange zeit gegen karlsruhe schwer fortuna düsseldorf erst mal in der defensive gefordert meldeten sich dann aber auch zu wort der ball nach außen auf david kovnacki kriegt nicht viel gegner druck klaus legt quer und hennings steht bereit 28 minuten das 1 zu 0 für fortuna düsseldorf etwas überraschend zu diesem zeitpunkt aber das war einfach ein stark gespielter konter und düsseldorf machte weiter kovnacki legt zurück auf hennings so botka und kovnacki vorderthut der erst etwas probleme hat den ball im nachfassen aber dann in den händen hält zur pause stand es 1 zu 0 düsseldorf stärkte die eigene form ab der 25 minuten traf prompt und wurde dann spielbestimmt aber paderborn meldete sich in durchgang 2 zurück felix platte raus auf justwan super flanke und konnte kommt sogar per kopf an den ball aber der kopf von tv reis verhindert schlimmeres gemächliche partie war nicht so aufregend wie man das vielleicht hätte erwarten können aber düsseldorf konnte mit dieser führung logischerweise sehr gut leben und zeigte sich dann knapp 20 minuten vor dem ende noch mal im gegnerischen strafraum apel kam kovnacki mit dem vermeintlichen 2 zu 0 dann ging aber auch die fahne hoch wäre wohl der vorentscheidende treffer gewesen aber die defensive der paderborner rück clever raus und kann so kovnackis treffer ungültig machen paderborn kam ein letztes mal noch nach vorne konnte obermeyer schallenberg obermeyer mit der hacke das ist gut gespielt platte und leipat riesen chance in der 86 minute er zieht aber den ball am tor vorbei und so bringt düsseldorf das 1 zu 0 über die ziellinie ein ausgeglichenes spiel das am ende glücklichen aber nicht unverdienten sieger düsseldorf sieht darmstadt startete unglücklich in die spielzeit mit einer 2 zu 0 niederlage bei regensburg dazu pfeiffer mit rot vom platz geflogen es war nicht einfach sandhausen überrascht und überzeugte beim 2 zu 1 gegen bielefeld und so traten sie hier selbstbewusst auf kinzombie auf okoroji und pulkrab mit der ersten großen chance nach einer halben stunde aber häufig sah es dann so aus die keeper nahmen sich die bälle die weit um den 16er verteilt hinter die grundlinie ging und somit sind wir schon in der 45 minute noch einmal okoroji mit der flanke aber wieder der keeper im mittelpunkt von darmstadt nach vorne nichts zu sehen das war sehr enttäuschend trotzdem gab es vereinzelt applaus als es dann in die kabine ging leicht verunsicherte lilien gegen stabil stehende sandhäuser folgerichtig das torlose 0 zu 0 zur pause es konnte eigentlich nur besser werden und darmstadt wollte natürlich hier am böllenfall tor auch dann überzeugen im spiel nach vorne und tietz nimmt sich einfach mal ein herz läuft da alleine mal durch die halbe verteidigung am ende glücklos wird da noch gestört und dreves ließ den ball auf ohne probleme aber es wurde deutlich besser jetzt von den gastgebern 65 minute freisturz aus dem mittelfeld und mehlem per kopf eine der leichteren übungen von dreves knappe viertelstunde noch auf der u braden manu sieht tietz zu braden manu und wieder tietz 1 zu 0 76 minute super gespielt tolles duo hier manu und tietz schießen die führung heraus in durchgang zwei wenig von sandhausen zu sehen nach vorne noch weniger als schon im ersten durchgang aber sie setzen noch mal nach pulkrab und bach man was für ein strahl 84 minute 1 zu 1 der treffer mitten ins herz von darmstadt der ausgleich und das endresultat zugleich für sandhausen dürfte dieses ergebnis deutlich zufriedenstellender sein darmstadt startet enttäuscht in diese spielzeit das frankenderby direkt am zweiten spieltag etwas ungewöhnlich gelegt aber nürnberg und fürd sollte es egal sein wichtiges spiel zu beginn der saison und fürd hatte die erste großschance gut vorgetragen von ache hirgota und abijama aber martinia kann halten der erste fc nürnberg verlor am ende knapp beim fc st pauli hatte eine ziemliche schwächephase da waren sie dann schon so weit in rückstand dass es kaum noch möglich war wieder aufzuholen aber ein lichtblick war duo der hier linde testet er traf zum 3 zu 1 am milan tor hier ist der zweite sieger gegen linde nürnberg wurde nun besser übernahm ein wenig das zepter das war schon ein ordentlicher auftritt der globera der anfang von durchgang 2 ging dann wiederum an kräuter führt abijama tillman zu ragnar ache da scheppert es auch kurz aber es ist nur das gebaketes tornetz halters gewesen aber knapp war es allemal dann wieder der klub matt mörder delhi findet jamra der mitgelaufen ist und tempelmann der hatte hier gefallen gefunden an abschlüssen aus jeglicher position strammer schuss ins kurze eck von linde mal wieder pariert es war ein gut klassiges derby auch nicht übermäßig hart man konnte es sich fußballerisch einfach gut anschauen und matt mörder delhi testet linde und im nachfassen ist es wehkesser der aber im abseits stand deswegen zählt dieser treffer nicht und es war hauchzart aber die richtige entscheidung stark von linde dann aster zu langsam gegen wehkesser aber die abseits linie sie rettet den rechten verteidiger von fürth also weiterhin alles komplett offen dann abijama ans gebäck und dann kam noch einmal her gota nochmal zwei richtig große chancen für gräuter fürth aber am ende blieb es beim 0 zu 0 das wohl auch verdiente ergebnis an einem sehr schönen unterhaltsamen derby am samstagmittag mit dem beide mannschaften leben können aber auch müssen holstein kiel sicherte sich spät ein 2 zu 2 gegen gräuter fürth eine sehr effiziente vorstellung hatte sie da zu einem punktgewinn gebracht und noch später schlug kaiserslautern zum auftaktspiel trafen sie in der nachspielzeit gegen hannover 96 zum 2 zu 1 und hier hoch motiviert die roten teufel traten sie an im holstein stadion und die wohl größte chance hatte hendrik zuck im ersten abschnitt sonst war nicht wirklich viel los ein enttäuschender auftritt vor allem der kieler störche kaiserslautern machte das auch gut hat ja aus der dritten liga eine extrem stabile defensive mitgebracht jetzt auch noch mit lute einen extrem erfahrenden mann zwischen den pfosten also die ließen wirklich sehr wenig zu und auch im durchgang 2 der erste fc kaiserslautern besser trat hier nicht auf wie ein aufsteiger ritter zimmer und beuth scheitert an den dänne machte er richtig gut diese drehung an seinen gegenspielern vorbei aber dänne pusht seine manne kiel von der rolle erster fc kaiserslautern in allen belangen überlegen redondo und terence beuth jetzt sitzt er 10 minuten vor dem ende das 1 zu 0 für die gäste und das war hochverdient ein toller sehenswerter vortrag von lauter und auch das letzte wort ging an den fck redondo zurück auf zuck und passen sie auf beuth per fahr rückzieher fast zum 2 zu 0 zählte dann aber nur noch zur statistik weil die roten teufel dennoch den sieg über die zeit brachten und vollkommen verdient als sieger hier vom platz gehen holstein kiel völlig ausgewechselt schwacher auftritt und kaiserslautern überzeugte in allen belangen der sfc heidenheim konnte das schwierige auswärtsspiel bei hansa rostock mit 1 zu 0 gewinnen braunschweig spielte stark verlor aber dennoch gegen aufstiegsaspirant hamburg und hier war es wieder ein mutiger auftritt der braunschweiger ferrari mit der ersten guten chance der ball aber vorbei dann auch mal der erste fc heidenheim klar in der favoritenrolle kleindienst abgefälscht 1 zu 0 heidenheim unglücklich von decali ron torben hoffmann in die falsche richtung unterwegs und so steht es dann aus braunschweiger sicht richtig unglücklich 1 zu 0 zur pause aber braunschweig weiter stark das ist krause berend nikolaou heidenheim rückt nicht schnell genug raus und dann ferrari der nicht durchkommt sie bleiben weiter dran krause ferrari lauberbach aber zu unplatziert braunschweig hatte die chancen aber nutzte sie nicht konsequent ansonsten hätte es ja auch schon ganz anders stehen können sie ließen sich aber nicht beirren Kaufmann und wieder kevin müller der stauchte da seine verteidigung zusammen das ging viel zu einfach ja es war auch gut gespielt von braunschweig aber dennoch die erfahrene verteidigung von heidenheim darf sich so eigentlich nicht auseinander spielen lassen und wie es dann oft so ist braunschweig macht die chancen nicht und heidenheim nutzt sie eiskalt 77. minute stefan schimmer mit dem 2 zu 0 der entscheidung in diesem duell in dem braunschweig wieder nicht viel falsch gemacht hat und dennoch erneut als verlierer vom platz geht hannover hannover 96 verlor das auftaktsspiel beim ersten fc kaiserslautern der fc st pauli hingegen gewann knapp 3 zu 2 gegen nürnberg muss da am ende nochmal etwas zittern nach zwischenzeitlicher 3 zu 0 führung mann des spiels dort unter anderem pakarada der hier auflegt aber auch das zeigte eine tolle leistung hier mit der ersten chance früh in der partie testet ron robert zieler traditionell tun sich die gäste aus hamburg schwer hier in hannover und so sollte es auch heute ein brutal schwieriges spiel werden hannover muss natürlich auch eine trotz reaktion zeigen hatte dann hier die erste chance smash aber begräbt den ball unter sich dann weidand mit dem fehler sang pauli aufmerksam pakarada er war mit der hacke zu eggestein der machte in der 26 min die führung für die gäste die zu diesem zeitpunkt nicht unverdient war das war gut das war schnell gespielt aber kurz vor der pause kam noch einmal hannover kerk genialer ball weidand scheitert aber an smash gigala eng dran aber den schuss kann er nicht verhindern etwas platziert da und smash guckt nur noch machtlos aus der wäsche war immer noch nicht pause hannover legte nochmal nach köhn luis schaub doch noch der ausgleich vom seitenwechsel ging auch so in ordnung eins zu eins das folgerichtige ergebnis hier am samstagabend in niedersachsen der zweite durchgang brauchte ein wenig anlaufzeit wurde dann aber aber auch wieder unterhaltsam weidand legt den ball in die mitte auf kerk und smash mit viel können und etwas glück lenkt er den ball hier über die latte so einer prallt auch gerne mal dann ins netz hinten rein hier geht er über die latte hannover aber bissiger st pauli ließ sich ein wenig auskontern weidand und sebastian kerk über den ging fast alles aber bayern glücklos der ball dreht sich etwas raus deswegen geht am tor vorbei und dann auch nochmal st pauli zu zander martanovic und das da muss es hier einfach machen in der siebenundsiebzigsten minute völlig freistehend ein elfmeter den er hier versiebt der ausgang der partie völlig offen hannover 96 lief nochmal an schaub und du schaub sieht kerk der auf bayern 2 zu 1 in der siebenundachtzigsten minute hannover hat das letzte wort holt sich ganz spät den sieg st pauli konnte sich davon nicht mehr holen und somit zumindest die wogen bei hannover etwas geglättet der hsv konnte zwar nicht unbedingt spielerisch überzeugen aber auch unangenehme spiele bei einem aufsteiger muss man dann erst mal gewinnen das ist ja auch nicht allen Mannschaften am ersten Spieltag gelungen deswegen das 2 zu 0 in Braunschweig vollkommen okay und hier gegen rostock sollte dann aber ein anderes spiel her robert glatzel der mit seinem doppelpack für die drei punkte auf des gegnersplatzes sorgte scheitert hier aber noch an Markus hans hans rostock an diesem samstagmittag aber auch nicht nur in der defensive aktiv zeigt hingegen heidenheim ja auch keine schlechte leistung bei der knapp 0 zu 1 niederlage und kai pröger zieht hier ab der hat einen starken abschluss hier ist es für heuer fernandes das ist aber eine pflichtaufgabe in dieser phase rostock sogar die bessere Mannschaft fairhook darf zweimal ran erst bleibt er noch hängen in einem hamburger fuß aber der zweite schuss der lässt sich sehen und heuer fernandes muss sich schon strecken um den noch rauszukratzen 0 zu 0 nach 45 minuten war aber durchaus ein spiel das schon das ein oder andere tor verdient gehabt hätte wurde der HSH seiner favoritenrolle gerecht mitnichten es sah spielerisch alles etwas zielstrebiger und klarer aus aber sie konnten eben noch keinen Ertrag daraus ziehen Reis bleibt auch in einem gegnerischen fuß hängen der anschließende Eckstoß Reis Benesch Melon mit dem Fehler Wuskovic fängt den Ball ab und Reis aus der zweiten Reihe schwer für Kolke der da viele Beine vor sich hat und dennoch stark parieren kann nach wieder verhook wird von den Beinen geholt denkbar unglücklich von Sebastian Schonlauch der den Ball irgendwo spielen will verhook macht das clever mit all seiner Erfahrung holt er hier den Strafstoß raus und Verhook tritt selber an gegen Hoyer Fernandes und stellt auf 0 zu 1 75. Minute Hoyer Fernandes spekuliert auf die Mitte zumindest mal auf dem falschen Bein erwischt Führung für die Gäste und Rostock nutzte das jetzt diese breite Brust konnte ihnen hier noch mal Kraft in die Füße bringen und so einen Schuss produzieren 0 zu 2 7.80. Minute die Entscheidung in diesem Nord-Duell am Ende steht es relativ klar 0 zu 2 und das ist nicht mal so unverdient Arminia Bielefeld startete enttäuscht zudem dann noch mit einer roten Karte für Neutrainer und eine für Neuspieler Siedler flog auch vom Platz es war alles sehr unglücklich beim SV Sandhausen gelaufen hier an der Bielefelder Alm oder auf der Bielefelder Alm sollte das nun anders werden gegen den SSV Jan Regensburg der aber zumindest Darmstadt mit 2 zu 0 schlug die erste Chance verbuchte aber der Gastgeber und es war ein guter Vortrag von Arminia Bielefeld Bello Klos und Okugawa Dejan Stojanovic der jetzt wohl die feste Nummer 1 ist zwischen den Pfosten ist zur Stelle und kratzt den raus Arminia Bielefeld aber spielfreudig hatte hier richtig Lust am Fußballspielen aber zum Toreschießen reichte es noch nicht Robin Hack in der 22. Minute von Gimmer und Salah umgeben dann Stojanovic der sich lang macht und mit den Fingerspitzen den Ball gerade so rauskratzt kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal Bielefeld das Tor längst überfällig Regensburg mit einem schwachen Auftritt Kröger Florian Kröger scheitert erneut Stojanovic Bislang Mann des Spiels ohne Frage was der da alles rausholte war schon sagenhaft ging ohne Tore in die Pause wie schon so häufig an diesem Spieltag aber Bielefeld hätte locker 2-3 Dinger machen müssen recht sich das die Frage die sich alle stellten und Albers konnte sie fast beantworten in Minute 49 das erste Mal wurde es gefährlich der hätte sich wohl reingedreht starke Schusstechnik aber Carpino pariert und Regensburg setzte sich ein wenig vorne fest bringt den Ball rein und wieder Albers Carpino jetzt fast etwas überschwitzt gesagt lässt hier fast Ortega Moreno vergessen was für eine Parade aus dieser Distanz den muss man da erstmal so rauskratzen Bielefeld lange dann unsichtbar im Spiel nach vorne kamen dann aber Lawson Krüger Pretl Okugawa überragender One-Touch-Fußball der sich auszeichnet 75 Minute 1 zu 0 Arminia Bielefeld der Knoten war endlich geplatzt und jetzt folgte eine starke Phase von Bielefeld und eine schwache von Regensburg Fabian Klos bekommt viel zu viel Platz und macht das vorentscheidende 2 zu 0 in Minute 79 jetzt lief alles wie am Schnürchen und noch einmal die Arminia Lawson auf Klos mit der Hacke zu Okugawa 83 Minute 3 zu 0 und das obwohl Regensburg im Durchgang 2 eigentlich besser war am Ende steht ein deutlicher klarer Sieg für Bielefeld und über 90 Minuten gesehen ist der auch verdient der KSC und Magdeburg beide Mannschaften mit schwachem Saisonstart Magdeburg ja konnte aber teilweise spielerisch überzeugen gegen Düsseldorf beim KSC war es unglaublich was da in Durchgang 2 abging da hatten sie keine Gegenwehr mehr zu bieten dabei war es am Anfang gar nicht so schlecht und so auch hier gegen Magdeburg startete der KSC gut rein Magdeburg in der Defensive gefordert hatten es mit Düsseldorf natürlich auch mit einem starken Gegner zu tun der KSC im Wildpark jedoch auch nicht zu unterstützen hier muss Gordon das 1 zu 0 köpfen aus kürzester Distanz setzt er den vorbei aber Karlsruhe macht es stark macht es gut Schleusener zu Frankel Coeto Breithaupt Magdeburg kommt nicht ran Heise Breithaupt Schleusener 1 zu 0 20. Minute Magdeburg überrannt in der Anfangsphase und folgerichtig in Rückstand und der KSC machte gut weiter Schleusener zu Warnicek 2 zu 0 24. Minute Magdeburg musste das zu spüren bekommen was Karlsruhe in Paderborn erlebte verdiente Pausenführung die Aufsteiger aus Magdeburg konnten bislang noch nicht wirklich reinfinden und der KSC machte es weiter gut auch in Halbzeit 2 Warnicek Reimann gerade noch so wohl mit den Fingerspitzen dran lenkt den Ball an den Pfosten von da geht der Ball wieder raus aber der KSC zeigte die erhoffte Trotzreaktion wusste auch eben spielerisch zu überzeugen Breithaupt trifft den Ball aber nicht so richtig lupft den an der Ball ging dann klar drüber Magdeburg hatte zwar hier und da kleine Halbchancen aber die sehenswerten Aktion hatte trotzdem der KSC ein letztes Highlight das aber nicht zu einem weiteren Tor führte So endet diese Partie mit 2 zu 0 verdienter Sieg für Karlsruhe die rehabilitieren sich und für Magdeburg sind es zwei Spiele und zwei Niederlagen Jo das soll's für diese Prognose gewesen sein da seht ihr die Ergebnisse im Überblick und die dazugehörige Tabelle lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da wenn es euch gefallen hat ansonsten bedanke ich mich fürs zuschauen bleibt gesund bis zum nächsten mal und adios